Herzlich willkommen auf den Kanal Stunogaming und heute spielen wir mal dabei, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Minecraft Legends und ja, wir legen auch direkt los, indem wir hier mal auf fortsetzen drücken und uns natürlich mal wieder unsere Goblins, oder wie man die heißen will, hier diese Kronen tatsächlich zu holen. Ich habe irgendwie sechs, nur weiß ich leider nicht, wo diese Kollegen sind. Außerdem muss ich mal kurz was hier in den Einstellungen einstellen. Dazu kann ich gar nicht. Na gut, dann halt nicht. So, wir bauen auf jeden Fall hier irgendwie jetzt erstmal einen neuen. Denk daran, dass du die Einheiten austauschen musst, wenn du neue zum Kampf rufen willst. Wir müssen jetzt erstmal kommen, wo wir gehen müssen. Also, auf M kann man hier die Karte sehen und hier sieht man, dass ja anscheinend ein Dorf ist. So, hier oder so oder da. Keine Ahnung. Wir gehen jetzt erstmal hier irgendwo hin. Ich habe nämlich auch gesagt, keine Ahnung, wo wir gehen können. So, gehen wir erstmal da rüber. Mal gucken, was hier ist. So, okay. Okay. Aber machen wir überhaupt was. Machen wir überhaupt was. Dann haben wir hier. Ja, das ist es. Ich glaube, ich sollte mal kurz hier eine neue machen. Weiter geholen. So. Rückruf. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Wow! Ich bin ein. So. Und der? So, bleibt fast daran. Ah, denn die sind zu nichts zu gebrauchen, ne? Halt jetzt diese blöde Dinger? Machen wir halt eben. So. Ich glaube, war nicht so eine gute Idee zu holen. So. Geht mal daun jetzt hier. So, bau ich mal die hier. So. So. Ja, die greifen das an, die auch. So. Ja, das ist doch schon mal gut. Also ich muss die mal eben hier beschützen, weil sonst... Ja. ... ... ... Oh, das ist ja auch. Ja, die greifen das schon an. Ich bin doch weggegangen. Kann ich noch einen holen, oder haben die schon wieder gesprottet? Wenn du nicht genug Flammen hast, kannst du jederzeit Einheiten austauschen, indem du zu ihrem Spawner gehst und die Flamme zurückholst, die du für sie benutzt hast. Ja, das Problem ist, dann müsste ich jetzt wieder neu. Mach bitte das eh kaputt. So, bam. Äh, wo sind denn jetzt hier noch? Hier. Bam. Hey, die wurden getötet. Ey, die wurden getötet. Get down. Ja, das ist dieser Spax Spawner hier, wo die Spawn. Ja, ich muss hier eben kurz... Neunbau, nicht... Boah. Z. Reisen sammeln. Keine Ressourcen zum Sammeln verfügbar. Hä? Warum nicht? Soll ich denn das jetzt sammeln können, wenn ich das nicht sammeln kann? Hä? Hm. So kann man ja nicht gewinnen. Warte, wo habe ich denn hier diese Dinge dahin? Dann hol ich die mal da hin kurz. So. 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 die ich immer verzeiht ihn muss wir wenigstens den vornal wegkriegen wenn ich den weg habe, dann spawne ich mich nicht mehr soo ist da noch irgendwas? soo jetzt spawne ich mich nicht mehr, perfekt soo naja geh weg haben wir das da fertig gemacht oder was? oh ja, haben sie fertig geil jetzt noch dieses Teil da soo dann noch das andere Teil und dann habe ich die alle fertig hier schnell das andere und dann habe ich nämlich das fertig und dann haben wir nämlich wieder den Spawner da abgebaut da kann ich ja schon mal auf der Karte hier markieren dieses eine soo hier das verteidige dieses Dorf heute Abend zeige den Hexen, dass du ihnen so gut helfen kannst, wie sie dir helfen können ne, Schicksal da muss ich wieder hin soo 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 aus dem rosten zerstellt geil komm mit, meine Freund soo jetzt einmal entfernen äh so perfekt was brauche ich denn da? diese blauen Viecher oder was? da muss man das hier machen ah hier hier würde ich jetzt plus 2000 in soo und Eisen was ist damit? ah hier alles perfekt soo soo okay, das ist doch geil gut, aber wir gehen jetzt erstmal wieder da zurück soo das müssten jetzt die sein äh soo 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 und jetzt müsste ich doch aber wieder hier diese ja geil soo, zack Und jetzt kann ich mir doch hier ein Team wieder aus dem hier machen, okay. Okay Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Schaut euch immer auf meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Videobeschreibung, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag, haut rein heute, euer Sandow. Ciao, ciao.